So Leute, und da ist der Nightmare auch wieder. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, was uns erwartet. Jetzt weiß ich, wofür er das... Das heißt, man kommt da wirklich nur weiter, wenn man alles hat von einer Medaille. Ist das so ein Geheimweg oder irgendwie? Oder muss man... Du elendes Mist-Ding. Komm, das ist... Oh! Come on! Fuck. Ja, das nennt sich sehr gut auf Deutsch Fail. Ähm, ja, denn... So, jetzt aber. Alles klar. Los, weiter. Das ist jetzt auch... Ähm, weiter. Aber so leicht erklären sich Sachen von alleine. Oh, das lief jetzt gerade irgendwie vielflüssiger. Ähm, oh, du schon wieder. Warte, wieso mache ich jetzt 20 Schaden? Und ich frage mich immer noch, äh... Wie das Ding tickt. Ich meine, lässt es sich einfach von mir töten? Das macht ja eigentlich so gesehen gar nichts, außer von mir wegzulaufen, wenn ich nicht da bin. Ähm. Och, not this shit again. Oh, not this shit again. Komm, boot, 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 boot. Äh, ja, kommst du? Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie was soll oder so. Whatever. Komm. Hier. Achso, der geht nicht weiter. Okay. Hatte ich nicht irgendwie mal diese Tosse zur Verfügung, indem ich sie irgendwie gerufen habe oder so? Ja, irgendwie funktioniert das aber nicht. Ich drücke Select, so viel ich will. Ähm. Gott, ich will da hoch. Ähm. Ich ignoriere jetzt mal ganz, äh... Ich... Ne. Ich sag jetzt kein Wort dazu. Was haben wir hier? Schönes. Aua. Oh, mein Gott. Oh. Was? Oh. So, jetzt ist der Sand wieder voll. Nein, doch nicht. Okay. Aber immerhin. Äh. Okay. Hm. Was sollte das jetzt? Gib mir deinen Sand. Offen? Nein. Also habe ich irgendwas übersehen. Ich hoffe, dass dieses Übersehen nicht heißt, dass ich diesen Kerl töten muss. Denn ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht brauche ich ja irgendwas Spezielles, um ihn zu töten. Oh. 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 Hier. Oh, wieso? Und wieso leckt es jetzt so? Sand der Zeit. Oh, ich will nicht, dass es laggt. Ah, das erklärt jetzt, wie ich da weiterkomme. Oh, ich will nicht, dass ich das Grüne noch mal war. Oh, das heißt, ich muss den Kerl irgendwie besiegen. Oh mein Gott, ich habe kein Leben mehr. Leute, ich mache hier einen kleinen Schritt in versehen, als wenn ich irgendwie, irgendwie herausgefunden habe, wie ich den Kerl besiege. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe es jetzt raus. Ich muss das nachschlagen, aber ich habe es raus. Ja, Moment. Moment. Oh, Ficken. Ficken. Spin to win, bitch. So. Ich muss ihn einfach sofort absorbieren danach. Moment, was heißt das da unten? Jetzt ist er eine Eins, ich hatte zwei. Okay, jetzt habe ich ihn getötet. Das ist geil. 22 von 75 Gegnern besiegt. Und go. Ja, das ist immer noch zu. Seriously. Und absorbieren wieder. Das heißt, jetzt weiß ich, wie ich einen anderen Gegner besiegen kann. Ja, das ist doch was Feines. Wehe. So. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Ähm. Ich traue diesen Platten nicht. Irgendwann wird sich eine von denen einfach mal sagen, ne, ich bin jetzt ein Arschloch und drehe mich um. Eine von denen, ich sag's euch. Da war's. Oh my fucking God. Äh. Äh. Ich mach jetzt auch wieder viel mehr Schaden. Oh ja, war klar. Äh. Danke. So. Ähm. Das muss da runter. Wieso auch immer, keine Ahnung. Da ist irgend... Ja. Die hat sich grad auch schon wieder gedacht. Ich bin ein Arschloch. Ich drehe mich um. Ähm. Irgendwas kommt hier doch. Oh nein. Äh. 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 Nein. Und. Komm. Aber es ist wesentlich angenehmer zu wissen, wie man die tötet. Also. Ihr wisst, was ich meine. Was kommt jetzt? Ah. Die sind easy. Hm. Swing. Warte, was? Was? Wieso wurde das eben nicht angezeigt, dass ich das habe? Ah, jetzt hab ich's. Oh. Aber es wäre cool, jetzt stumpfen wir mit dieser, äh, Feuerschießfähigkeit die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen, oder? Dass ich die ganze Zeit halt Feuerbälle schießen könnte. Ähm. Ja, die Platte ist rot. Das heißt, irgendwas hat es damit wohl auf sich. Was? Zur Hölle. Bin ich unbesiegbar, oder so? Nein, ich bin nicht unbesiegbar. Ich hab keine Ahnung, was diese Mucke macht, aber es ist geil. Fuck. Und jetzt laggt es auch noch. Nein. Ey, komm, jetzt kommt schon so eine scheißschwere Stelle hier. Jetzt muss es auch noch laggen. Ach, fick dich, Spiel. Ach, fick dich, Spiel. Wieso lagst du in solchen Momenten? Und was macht die Mucke? Danke. So. Oh, das kann man, das kann man öfter machen. Das war das Dömmste, was ich tun konnte. Aber ohne Scheiß. Was zur Hölle hat diese Mucke gemacht? Sie machte, dass ich da weiterkomme. Aber wieso? Fragt mich nicht. Ey, wieso leckt es jetzt so? Das finde ich voll nicht cool. Was ist da unten? Da kann ich runter. Okay. Oh. Ach, shit, nicht schon wieder. Jetzt. Und weiter. Ist hier was? Alter, was? Was? Ähm. Ja. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Oh, nein. Das heißt, ich muss jetzt entweder die Zeit anhalten oder sie langsamer machen. Wenn ich sie langsamer anmachen muss, habe ich gelitten. Ja, danke. Ähm. Ähm. So. Okay, war machbar. Ähm. Ja, klar doch. Genau in dem Moment, wo ich das, äh, machen wollte. Whatever. Frage am Rande. Was war nochmal der Sinn und Zweck dieses Spiels? Also, ich meine, das Ziel des Spiels... Ich glaube, ich habe das irgendwie verpeilt. Oder inzwischen schon wieder vergessen. Könnte in der Pause liegen, die ich gemacht habe, um das Spiel... Um das Spiel... Äh, das ergibt sogar irgendwie Sinn. Äh, das ist ein bisschen... Ach, Scheiße. Ah, Mann. Kein Sand der Zeit. Ey, Mann. Ja, das hilft mir nicht wirklich weiter in dem Moment. Was haben wir hier? Ich wusste es! Ohne Scheiß, ich habe es gewusst. Aber, äh... Nö. Nöööö. Ich werde mir jetzt erstmal Sand der Zeit... Äh, ich hätte cheaten, aber hier... Äh, habe ich ja fünfmal die Ampulle. So. Und, äh... Leute, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part. Let's play. Prince of Pleasure. Haut rein. Und, äh... Und, äh...